Was ist Ihr Fremdkörpergefühl? Unmittelbar nach der Operation haben Sie ein Fremdkörpergefühl am Auge, das bis zu vier bis sechs Stunden andauern kann. Während dieser Zeit am optimalsten sollten Sie Ihre Augen geschlossen halten. Bis Ende des Tages sollten Sie sich entspannen und am besten zu Hause bleiben. Die meisten Patienten nach einer femtolasigen Operation oder nach Relax Smile gehen am nächsten Tag wieder arbeiten. Bei einer Oberflächenbehandlung, LASEC oder PRK, ist dieser Prozess wesentlich länger. Da hat man bis zu drei Tage lang Schmerzen und das gute Sehen erreicht man nach bis zu drei oder vier Monaten. Das heißt, der Heilungsprozess ist etwas länger.